Ja, liebe YouTube-Freunde, was macht Adi Bauer aus hier heute Morgen? Ja, ich bin da auf meinem Problemfeld, Winterweizenfeld, nach Zuckerrüben gesät. Das Zuckerrüben-Ernte war nass und ich habe das Feld, die Erde nass bearbeitet, nass gesät. Und das ist jetzt das Resultat. Sehr schlecht, der Weizen sehr schlecht aufgelaufen, der Boden verschlemmt. Jetzt nehme ich da nochmal die Walze, probiere die Bestopfung zu fördern und gebe dann auch recht Dünger. Und wenn es nicht funktioniert, wird halt dann Mais hier eingesät. Das mache ich dann halt Mais. Aber ich probiere jetzt mal, das Feld noch zu retten. Ihr seht, auch beim Bauer Hause kommt auch nicht alles gut. Das ist eben pur. Gut, kann ich das Feste schliessen? Ja, ich bin jetzt auch wieder.